Guten Tag, liebe Eisenbahnfreundinnen, liebe Eisenbahnfreunde und herzlich Willkommen zu Ortloffs Wort zum Monat. Der Juni ist da und bald beginnt der Sommer. Das ist das Ende des Corona Frühjahrs, eine Zeit, die bei uns allen vieles verändert hat. Ich selber habe ein bisschen entschleunigen können und dennoch geht es jetzt wieder weiter. Die nächste Moderation von Modellbahn TV steht an und auch das Video Express, aber Ausstellungen und Fahrten, die gibt es im Juni für mich noch nicht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die vielen lieben, netten Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken. Sehr lieb, dass so viele von Ihnen an mich gedacht haben. Ich bin jetzt 71, aber ich fühle mich noch so fit, dass Sie mich noch viele Jahre ertragen werden müssen. Das war es von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn. Und Tschüss.